Flughafen New York, New York. Fans versammeln sich zu einem herzlichen Empfang der Künstler der internationalen Shen Yun Turniergruppe, die nach drei erfolgreichen Shows in Genf wieder heimischen Boden betreten. Ich erinnere mich an die Pause bei der ersten Aufführung. Die Zuschauer riefen, sie sind großartig. Ihnen allen hat die Show sehr gefallen. Während der zweiten und dritten Show war der Beifall besonders herzlich. Die Zuschauer haben es sehr genossen. Alle unsere Shows erhielten großen Beifall, sehr leidenschaftlich. Die Shen Yun-Choreografin und Tourmanagerin Tia Zhang dachte anfangs, dass die Zuschauer in Genf eher reserviert sein könnten. Doch erhielt Shen Yun nach jeder Aufführung begeisterten Applaus. Viele Zuschauer mussten während der Show weinen. Sie waren sehr bewegt. Einige Zuschauer sagten, dass es ihre Herzen eroberte und für immer dort bleiben werde. Andere meinten, dass die Tanzbewegungen so leichtfüßig gewesen seien, dass sie von der Aufführung wie hypnotisiert waren. Frau Zhang verrät uns, dass die Künstler derzeit zusätzlich für ein ganz neues Programm proben. Der nächsten Welttournee. NTD New York. Jetzt möchte ich den Künstlerk für den Künstlerk. Und dann, anfangs ein paar Worte. Und dann, wenn du dich hast, wenn du den Künstlerk aber stabil sein.